Äh, hi, hi Chat, hi. Willkommen. Wir spielen Adrenal Miss Fortune. Das Spiel kam vor, ich glaube es kam vor ein paar Tagen raus. Ist bei Steam immer relativ weit oben gelistet. Mir ist es ins Auge gefallen, weil ich mir dachte, das sieht irgendwie fürchterlich aus. Irgendwie sieht es auch ganz cool aus. Hat einen gewissen Charme. Es ist von denen, die Fran Bow gemacht haben, falls ihr es gespielt habt. Ich habe es nicht gespielt. Also auf jeden Fall von denen. Es wird wahrscheinlich mittelmäßig Light Point and Click sein oder so. Ja, da kann man nicht mal zum Controller spielen. Ich kann raus, wie es laufen wird. Fangen wir ein neues Spiel an. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich euch noch dazu erzählen soll. Ihr wisst ja was? Der Fuchs wird nichts... Oh, er ist ja, er ist ja, der Überbringer des Todes. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Universum dieses Spiel stattfindet. Er ist in die richtige Welt gekommen. Okay. Ich würde sagen, der Plot, er läuft auf ein ganz kleines Finale zu. Ey, das ergibt langsam alles Sinn. Spiel sieht halt wirklich schön aus. Willkommen zu meinem Spiel. Hi. Ich werde dein Freund und verehrter Narrator sein. Die Regeln dieses Spiels sind einfach. Spiel sie bis zum Ende. Und du wirst du erzulich. Okay. Belohnung. Verstanden. Spiel mit zum Ende. Das ist übrigens Little Miss Fortune. This is Miss Fortune. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. Oh, das ist das Spiel auch meinem Geschmack. I can hear you, you know. Oh, you can? Mm-hmm. Are you inside my head or something? Hmm. Well, okay. Yes. Alright. I'll call you Mr. Voice. Mr. Voice? What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. Ah, nobody said nothing? You know, I have prepared a game for you. A game? Really? For me? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Okay. Oh. Das sieht dann wirklich aus. Fantastic. Ready to play? Yes. Your first mission is to leave the house. Okay. I'm gonna do it. Well, das wird es aus. Außer von der... Von der... Von der Mozzarella und der Lucky... Oh, Lucky Dark Frühstückssitzen und der... What's up. Äh, Riesersitzen und das Worte. Vielen lieben Dank. Okay. Schauen wir uns um. Äh, ich kann nur noch links und rechts laufen. Okay. Interagieren mit dem Bett. Warte, bin hier unter das Bett gekochen? Look, this is my secret hiding spot. Oh, fuck. Oh, impressive. But why do you need a hiding spot? I don't like it when mommy and daddy argue too much. And when I come here, I can dream and travel far away. I see. Er würde es lachen. This is Babsy, the guardian of the secret spot. You see his eye? He got that from a battle against a monster. A monster? That sounds scary. It was. Okay. Wir sollten den Teddy nicht Babsy nennen. This is my diary. Nobody is allowed to read it. Want to see? Okay. Schwinge mir mein... Oh, Miss Fortune. Romy Rez Hernandez. Was auch immer. Ist bestimmt ein Name. Sie hat ein Google Tablet. Ich spiele gerne viel mit meinen Spielsachen. Ich spreche auch gerne mit ihnen. Das macht Spaß. Ich spreche nur mit Versagern im Internet. War nicht ganz so viel Spaß. Alles okay. Hallo, Tagebuch. Eine Schule habe ich gemalt. Und zu Hause war ich mit meinem Versteck und habe mit Babsy gesprochen und was gehört. Ich habe einen Fuchs vor meinem Fenster gesehen. Ich glaube, er heißt Ben... Benjamin. Nennen wir ihn Benjamin. Schau euch den Fuchs an. Ist er nicht, äh... Ist er nicht freundlich? Hallo, Tagebuch. Mein Papa hat mich wieder angelogen. Wir gehen heute nicht in den Park. Ich habe mich hübsch gemacht. Alles ist ihm egal. Ich bin traurig und habe geweint. Aber ich habe Mami gesagt, mir geht es gut. Ich habe Angst, dass sie böse wird, wenn ich ihr sage, dass ich traurig bin. Manchmal. Weiß ich nicht, wie ich mich fühlen soll. Niemand bringt mir Gefühle bei. Ich wünschte, in der Schule würden sie uns beibringen, wo die Gefühle herkommen. Also wirklich. Keine Märchen. Yikes. Forever. Ich hatte das Gefühl, meine Eltern haben mir auch nicht zwangsweise beigebracht, wie Gefühle funktionieren. Das ist eine Sache, welche sich üblicherweise aus dem Kontext ergeben hat. Das ist vollkommen okay. Sie lernst noch... Ich meine... Ich habe mich nicht an ein Gespräch... Vielleicht, vielleicht ist meine Erinnerung auch falsch. Vielleicht gab es dieses Gespräch, wo meine Eltern gesagt haben, setz dich in, junger Mann. Reden wir über Trauer. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht. Gab es eine Fortbildung oder sowas darüber. Hallo Tagebuch. Ist okay, Gefühle für einen Fuchs zu haben. Benjamin, der Fuchs hat mich besucht, als ich draus gespielt habe. Und wir haben uns angeguckt und mein Herz wurde ganz warm. Ich habe mich gefühlt, als müsste ich kotzen, aber auf eine gute Art. Dann rennte er weg, weil Mami gerufen hat, dass das Essen fertig ist. Oh. Hallo Tagebuch. Papa hat Mami geschlagen. Ist das normal? Soll ich Leute schlagen, die ich liebe? Das fühlt sich falsch an. I don't like it, when daddy hits, Mami. Oh, wenn ich, äh, Adrie, kann sie was dazu sagen. The puke of love. That's what it is. Puke of love. Oh. Yikes forever. Oh. Vielleicht sieht Papi nicht, dass er auch mir weh tut, wenn er Mami schlägt. Ich will nie so werden wie mein Papa. Ich habe heute gespielt, als ich ein Flugzeug nach Japan genommen habe. Und da habe ich interessante Dinge gesehen, die ich über Japan weiß, weil mein Freund Japaner ist. Er mag Sushi. Natürlich mag er Sushi. Das ist gerade mich, als heute sterben, wird es sagen, dass es die ganze Gefühle irgendwann noch verstehen wird. Und sind sie blau auf dem Scheiße. Nein, nein, nein. Ich habe nur gesagt, dass normale Kinder in ihrem Alter sollten es verstehen, will ich einfach nur sagen. Ich will nur sagen, dass sie, dass sie sich schäben sollte für das, was sie ist. Okay. Äh, Sushi, Tendam Worte. Ries, das wird schon, wie wir dieben sagen. Mein japanischer Freund spricht Japanisch. Ergibt Sinn. Das ist sehr problematisch, äh, wenn wir uns unterhalten wollen. Wir verstehen uns da nicht gut. Das ist verwirrend. Aber ich mag ihn. Er hat ein paar coole Schuhe und einen Cowboy-Hut. Sein Name ist Hiro und er ist ein Geist. Das ist ein Mega-Hiro. Ich habe ihm ein Bild gemacht, das ich ihm nie gegeben habe. Das ist Hiro. Mein japanischer Freund, er ist ein Geist. Oh. Äh, Schrecker, 25 Monate. Ries, das Hübschen, mir lieben Dank. Hallo Tagebuch, guck mal, ich habe Glitzer aus der Schule. Ich habe Glitzer aus der Schule. Super glänzt und wer habe ihn für Weihnachtskarten benutzt? Ich finde Weihnachtskarten hübsch, aber ich glaube, der Weihnachtsmann ist nicht echt. Komm schon. Also, es gibt Geister und sprechende Füchse, aber der Weihnachtsmann geht jetzt zu weit. Ich verstehe. Wenn ein Mann jedem ein Geschenk geben könnte, warum kann er den armen Menschen nicht Wasser und Essen geben? Ich habe eine Fernsehsendung gesehen mit Menschen aus anderen Ländern, die nichts zu essen haben. Äh, wie auch immer, ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmann echt ist. Aber der Glitzer ist toll. Ich habe das Gefühl, dass ich alles, was mich traurig und wütend macht, mit Glitzer mich streuen kann, damit es hübscher aussieht. Das macht mich ja ein bisschen weniger traurig. Glitzer. Wer nicht. Heute habe ich mit Oma Tomaten gepflückt. Oh, fuck. Das ist ziemlich sick. Das rauche ich so gut. Ich habe Schmetterlinge und andere Insekten gesehen. Ich habe zwei Tomaten gegessen und dann war ich satt. Die Sonne ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Das ist die coolste Sonne von allen. Hallo Tagebuch, ich bin an meinem Dreirad gefahren. Wir haben kein Geld für ein Fahrrad und ich habe direkt in die Sonne geguckt. Ich habe geweint, weil meine Augen wehgetan haben. Das Kind hat in die Sonne gestarrt. Wie sollte es, wie sollte es diesen, wie sollte es nicht jeden Tag aufs Neue sterben? Es hat in die Sonne geblickt. Mami sagt, dass man nicht in die Sonne gucken soll. Das ist korrekt. Wie sollte das Kind nicht heute sterben? In die Sonne geschaut. Hallo Tagebuch, heute war es lustig, weil ich am See war und Vögel fliegen und Fische schwimmen gesehen habe. Ich habe warmes Wasser am Po gefühlt. Freut mich. Hallo Tagebuch, wie geht es dir? Mir geht es dir auch gut. Ich muss Hausaufgaben machen, aber ich kann nicht aufhören, an Benjamin zu denken. Ich habe ein Bild gefunden, wo ich jünger war. Die Zeit vergeht so schnell, der Kuchen sieht lecker aus. Und die Halloween-Kostüm-Idee, eine kleine Fuchsdame. Lady Fox. Schau an das Bild. Ich war so ein Baby. Sehr süß. Jetzt bin ich so ein Lady. Ich bin eine kleine Lady. Das ist das, was ich bin. Okay, Tagebuch. Was haben wir sonst noch alles? Oh, das Malbuch. Ich liebe mein Clarion-Buch. Wir nehmen es mit. Ich nehme es mit. Wenn ich schlafen werde, okay? Okay. Dann würde ich sagen, wir haben alles von unter dem Bett gesehen. Also, was können wir? Wir können Musik hören. Dieser fucking Gesichtsausdruck und Tanz. Oh, mein Gott. Können wir darüber reden, dass der ein 10.000 stopp ist. Yeah. Ja. Ich sah ein Monster in hier once. Ich sah das Finger und es nie wieder zurückkommt. Oh. Es geht in dem Lied darum. Oh, fuck. Können wir Glitter mitnehmen? Yes. Wieder tanzen. Nice. Wir können Glitzer werfen. Was ist der Butterfly? Entschuldigung mit dem Malbuch? Klar. Ich bin der Welt nicht sicher. Einhorn oder Stein? Ich bin für den Stein, ehrlich gesagt. Das Einhorn sieht scheißfröhlich aus. Das macht mich wütender. Seht ihr den Stein? Der ist relatable. Der ist traurig. So wie sie. Den nehmen wir mit. Also, wer nicht für den Stein ist, hat kein Herz, ehrlich gesagt. Stein. Der Stein gibt es immer. Der Stein gibt es immer. Er ist sogar blutig. Der ist sehr traurig. Und so, you know, I like to sprinkle Sparkle on things, so they become fabulous. Shaddam! Oh, happiness to everything! Hey, you on the other side of the screen. Remember, I told you she was going to die today. Let's keep that a secret between us. Sie kann dich hören. Oh, da ist der Fuchs. Ich habe den Fuchs gesehen. Ich habe den Fuchs gesehen. Okay, wir werden nicht weiter darüber reden. Das ist meine Mutter. Sie hat auch einen Dachstuhl. Sie hat noch einen Dachstuhl? Nein. Das war so letztes Jahr. Der Glitzer ist sehr wichtig. Vergesst es nicht. Er fand 20 Sekunden. Edmonta, wirst du jetzt wünschen? Vielen Dank. Äh, rechten Trigger halten, um zu rennen. Vorsicht! Da haben sie mir beigebracht, wie man rennen kann. Please don't tell on me. Don't worry. You can trust me. Okay, thank you. Hm, maybe I could try to fix it. Wir werden die Vase ja sowas von reparieren. Und es wird sowas von schief gehen. Oh Gott, was? Oh nein, ich muss das reparieren. Oh Gott. Äh. Oh nein. Lass mich. Wir fangen mit dem Teil an. Nein. Warte. Das kommt quasi hier hin. Okay. Dann kommt das. Okay. Fangen wir anders an. Fangen wir anders an. Fangen wir ganz oben an. Äh. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Dann. Oh, dann kommt das Teil hier noch ran. Oh, wisst ihr was? Jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Jetzt kann nicht mal zu viel schief gehen. Äh. Dann kommt das hier hin. Yeah. Oh mein Gott. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich werde es hinbekommen. Oh, das kommt hier unten hin. Kommt das hier rein. Oh. Das hier oben. Das kommt hier hin. Und dann fehlt nur noch das. Das kommt. Oh, hier. Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Maybe I could try to fix it. Lass mich farschen gerade. I'm gonna do it. I'm doing it. Oh, ich hab die Blume vergessen. Ich hab die Blume vergessen. Fuck. Warum hat mich jemand an die Blume erinnert? Oh, die Blume. Die Blume war wichtig. Okay. Diesmal werden wir das Ganze am schneller hinbekommen. Okay. Glaube ich. Oh, die Blume. Als ob ich jemand an die Blume gedacht hätte. Komm schon. Niemand denkt an die Blume. Seht ihr? Ich bin schnell. Ich bin schnell unterwegs. So, das. Und dann noch die Blume. Ich bin in die Mitte. Yes. Niemand wird es jemals bemerken. Und jetzt zur Feier des Tages. Yes. Ah, klassisch. Die meisten Ehenen stehen so. Ah, klassisch. Die meisten Ehenen stehen so. Das kleine Lachen. Gieß, ob sie sie retten steht. Okay, Moment. Ah. Cancer? Mal willkommen, was einem Versprechen versprochen wird. Okay, sie trinkt sehr viel Saft. Glitzerstaub! Was zum Fick ist das? Nein, 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 nein. Nein, 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 die leben wieder. Ah, gut genug. Mami, this smells really bad. What is it? Dead animals. That's what it is. Yikes forever. Yikes forever. Oh, was haben wir hier? We had a lovely dinner last night. Mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me. Oh, das licht wunderschön. Sie raucht ziemlich viel, kann das sein? Schlecht für die Wände. Warum ist das wieder verschwunden? Nein, nein, nein. Ich möchte, dass die Safttrinkerin bleibt. Das erste kann er auch glitzern. Moment. Oh, er meint, er ist da oben? Oh. Yay, happiness to the soup. Ja, ich hatte das Gefühl. Oh, die Laufanimation. Ja, ich hatte das Gefühl, ganz so glücklich wird der Hase nicht mehr sein. Okay, gehen wir weiter. We go quiet, okay? Shh. Es geht sie nichts an. Wir werden ohne Mami sein Verständnis gehen. Nervöses Lachen. Mein liebstes Lachen. Okay. Was können wir hier machen? Ich nehme doch alle Drogen. Ich zähle mir noch nichts. This pool smells like a toilet. Because I can't. That is disgusting. Not as disgusting as when my daddy puked in it. That was disgusting. Okay. This is where daddy often flips. Daddy? Oh, da fahren sie alle. Und da ist Saft im Kofferraum. Ich werde die Straße nicht überqueren. All right. Okay. Remember, you will be given choices on your journey. Okay, choices. There is no right or wrong. Only consequences. Okay, okay. Only consequences. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is the cross this road. All right. I can do that. Look to the left. Look to the way. Any course? No. Okay. I'm going. Mmh. Okay. Weil ich jetzt hier spiele ich schon draußen. Spielst du halt zwei, drei Tage draußen? Ich hab's nur... Ich hab's überhaupt erst auf Steam gesehen. Okay. Renn! Oh, Gott. Oh. Oh. I saw a monster. What a monster? I didn't see anything. He was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. All right. Okay, die Kree ist ja auch tot, aber wenn wir uns da haben, keine Gedanken. Er ist so müde und da zwitschert und sinkt er wieder. Oh fuck. Jetzt geht's richtig los. Warum ist das so schlecht komprimiert? Sie sollte nie wieder lächeln. Okay. Okay, damit wäre das Anime Opening durchgelaufen. Ich denke, wir sind bereit. Oh, ich habe ein kleines Sparkel back there. Anyway, wo sind wir? Das sind auch solche Teufel, wo sind wir? Look, there's a puppy. Hello puppy, what a cute party hat. Now focus, Miss Fortune. You have to make a very difficult choice regarding this puppy now. Be aware of the consequences. Alright. Mit dem Spielen oder ihn freilassen? Ja, lass ihn frei. Freiheit für den Welpen. I'll say it through, so we can go to the party. Ja. Können wir gemeinsam zur Party gehen? What party? The puppy is obviously going to a sweet party. It has a party hat. Yeah. Ah, yes, the party. I heard George is having one. This must be his dog. So, are we going? Yes, why not? It's just a bit farther ahead. Come on, puppy, let's go party. Oh, puppy, I'm petting you. Why do you let me? You like me? Okay, und folg uns. We went to a museum and mommy had me on a leash. She said I was too unpredictable. Let me guess. She fed you only candy latte. What? No. I get to eat candy every day, you know. I'm like a candy addict. Sind die meisten? For beauty for, for Hünder. It says no dogs allowed. Oh, really? For beauty for, for Hünder. Oh, God, Vorsicht. I step on Doogidoo. Oh, come on. Nein, 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 oh. Hey, puppy, that's yucky. Don't eat the vomit. Yikes forever. I mean, that's so ein Hundeding. Oh, sweet. I can see my footprint. Nice. Nice. Let's see what came out. I see a lot of glitter and is that rice pudding? I can't watch this anymore. Please, let's keep moving. Das ist I hoch 10. Okay, so weit, so gut, würde ich sagen. God, wie sie rennt. So, Miss Fortune, at the other side of this lake, you will be one step closer to the prize of eternal happiness. And the party, right? Ah, yes, that too. Sweet, let's go then. Come on, puppy. Come on, puppy. Puppy, what are you doing? Did you find a treasure? You seem to have found the secret of the beach. The beach has a secret? Yes. Let's have a look. Oh, mein Gott, das Strandgeheimnis. Oh, look. A fortune treat and a doggy cookie. One for me and one for puppy. Isn't it perfect? Yes, but you can only take one. A cookie for you or a treat for the dog. Nah, machen wir es nicht vor. Der Hund hat es verdient. Er hat es sich verdient. He has taken the doggy treat and use it to make the doggy love me. Ich meine, er hat es auch ausgegraben. Here you go, puppy. You'll never know when it's your last treat. Yeah. No, puppy. Puppy, don't go. Puppy. Freaking blackbirds. Oh, my. That will make George really upset. Yeah. I hope I get to meet the puppy again sometime. I bet you will. Mr. Voice. Why does everyone leave me? Was war das? I'm still here? Yeah, that's true. Thank you. Was zum Fick war das? Warum war das? So, Mr. Voice. Is the party on the same way to the eternal happiness? Yes. Yes, it is. Oh, that's convenient. Have you thought about how to break the news to George? About the puppy? Yes. I mean, if you want to. Oh. Oh. Der Hund hatte auch gerade leckere Kotze bekommen und sollst den Hund nicht überfüttern. Das stimmt. Das stimmt. Müsst du George mal in Unfall mit dem Hund erzählen? Transparenz ist das A und O. Selbstverständlich werden wir ihm davon erzählen. Yes, of course. That's the least I can do for the sweet puppy. That is very brave of you, Miss Fortuna. Thank you. Jeder, der B sagt, ist halt feiglich. Oh, und die Cola heißt einfach nur Sugar. Hello. His name is Rodrigo and he needs a new place to stay. Okay, Rodrigo. Folge uns. The wonder if Rodrigo has heard about sushi. It's like Rodrigo, but in tiny pieces, you know. Ja, der wird bestimmt genug Luft bekommen. Ich meine, hier gibt es eine Menge Luft über dem Wasser. Und hier sind wir, das Haus von George. Hier ist die Party. Ich bin a bit nervous about introducing myself. You'll do fine. You're brave, telling the truth about the puppy. Stop it. I'm doing it for the puppy, you know. Okay. Oh, dem Goldfisch geht's gut. Okay. Und die Entscheidung unseres Lebens. Klopf oder Klingeln? Klingeln wäre das höflich, was man machen kann. Klopf ist eher so, als wäre man von der Polizei. Wir werden Klingeln. Können wir da nicht? Kann ich ja nicht mal einen Fisch reinpacken. Beruhigend. Okay, was haben wir sonst noch? Die Party ist noch da irgendwo. Die Party steigt wohl hier. Oder hängen wir einfach nur ein bisschen herum. Hallo, George. Oh, okay. Hey, Miss Fortune. I think this party is over. Let's leave. I'll meet you in the back. George, you know? Now that you're dead, your puppy is gone. I like the puppy. Bye. Hi. Ich sehe die Piñata nicht. Oh, das sind ziemlich schicke Schuhe. Oh, was ist das? I guess it's not finished. Nah, I'm not feeling inspired. Was? Was soll das denn? Ich glaube, ich sollte immer mal Friend Bo spielen. Let's go into the woods and get that eternal happiness. Yes. Hättest du es reparieren müssen, wäre bestimmt interessant geworden. Ja, aber alles, was man macht, hat zu seinen Folgen. Das heißt, es nicht reparieren zu lassen, könnte auch noch interessant werden. Oh. Oh. So, keep your eyes open. Oh, alright. Oh, was ist das? Eine nette kleine Puppe. Alles beginnt mit dem Lied einer Dohle. Eine Eins. Everything beginnt mit der Song Of a Jackdaw. Alright. Hmm, interesting. I'll keep it. Hey, what do you have there? Nothing. Stay back, Miss Fortune. What is it? A wild, dangerous fox. Wait, I recognise that black tail. It's Benjamin. It doesn't matter. Attack it before it kills you. Nah, I don't think Benjamin will kill me. Hello Benjamin. Is your name Benjamin? Do you want to play with me? Oh no, don't go! Oh. What a relief. We are safe now. Let's keep playing my game. Okay. There's a magical cave nearby. You need to find it. A magical cave? Okay. Hast du ein Inventar? Ich kann mal nachschauen. Ich glaube aber nicht. Ja, nicht wirklich. Oh. It looks like Benjamin likes to paint. That's pretty cool. I like that in a fox. Focus, Miss Fortune. We need to keep going. Oh, okay. Das mache ich an Füchsen auch am meisten. Dass sie so künstlerisch begabt sind. Oh. 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 ganz schön, die erste Kelle. Alles gut. Dann sind wir hier. Oh, ist das die Magische Hülle? Die Magische Hülle. Es sieht nicht gut. Wir gehen in die Höhle. Dieses Spaß werde ich mir nicht entgehen lassen. Natürlich gehen wir in die Höhle, komm schon. Diese Höhle ist großartig. Echo. Well, let's explore the Höhle. Okay, okay, okay. I'm just joking. There was no Echo, it was me. You're a real comedian, Miss Fortune. Thank you. Okay. Den Eis können wir nicht mitnehmen. Das wurde von der Polizei abgeschrieben. Was war das? Was? Habe ich etwas missen? Ich bin nicht sicher. War das ein fucking Hamster in einem Auto mit einem Schal umgebunden? Das ist zum Fick was das ist. Was ist das? Was ist das? Ein Hamster-Party? Eine magische Hamster-Party. Ich weiß, du liebst Partys. Du, ich... Kann ich rein gehen? Ich weiß nicht. Let's go find out. Oh. Du, heute ist einer dieser Tage. Okay. Oh nein. Hamster-Fight. Are you going to do something about it? Nein. I don't want to get involved in their drama. Gib ihr bester dein Geld, man. Die hatten Messer. Oh fuck. See? They went inside to party. It looks like someone spilled their ketchup. Yeah. Spassige Zeiten. Oh, are those mints? Maybe I should try one. So I can keep my breath fresh. I'm a little lady, you know? Oh. Wow. I'm feeling really nice. Oh. I'm feeling really nice. Das hätte besser aussehen können, ehrlich gesagt. Oh nein, nicht schon wieder. Wow. That wasn't a mint to refreshment at all. Are you alright, Miss Fortune? I'm okay. Schließ die Tasche. Leg die Tasche weg. Oh, die da hinten machen rum. Hmm. Look at them. With their tiny cocktails and their tiny clothing. This is too cute for me. Excuse me. Who will a little lady get inside? No? I'm not very important. You said? Okay. Can you believe this guy, Mr. Voice? We have to find another way out now. Hmm. Wollen mich nicht reinlassen aus irgendwelchen Gründen. Oh, ich hätte gern mehr von der Hamster-Party gesehen. Oh nein! Hamster-Großmutter! I think she's in trouble. Oh no. I think I recognize her. She's the owner of the club back there. Really? Yes. Looks like she was robbed. Oh, I bet it was that Hamster with the black mouth. Yeah. You're right. Excuse me. I think I have your purse. Go easy on the means, though. I tried well and it was a wild ride. Is that for me? What is it? Oh, we werden live nach der Hamster sehen. That's your reward for returning the bag. A VIP ticket for the club. I get to party inside the club. Oh, see. Yes. And one step closer to the eternal happiness. Yes. That's a win-win for me. Yes. Okay. Was haben wir hier drüben noch? Ich will den roten Schalter drücken. Aber ich glaube, das ist mir nicht vergönnt. Jetzt werde ich mit der Kiste. Vielleicht können wir später noch jemanden drüber bringen. Jetzt werden wir erst mal in den Club gehen. Wir werden ein bisschen Party mit den Hamstern machen. Yo. Excuse me. I'm a very VIP. Here's my ticket. Finally, a real party. Oh, yes. Warte. This place is so sweet. Is this the VIP floor? Yes. You could say that. Am I allowed to bounce? Of course you are. Sweet. Listen, Miss Fortune. You need to find the white rabbit. A white rabbit? Why? It will need you closer to the eternal happiness. Okay. I'll find it. Okay. We werden sie rausfinden. We werden sie rausfinden. Maslino. E390. Frisches Asiutchen. Wie wir lieben Dank. Schwingt das Tanzbein. Ah, you're cute. So cute. If that strawberry use. Mmm. Yummy. Oh. Oh. Der Wein. Okay. Ich verstehe. Excuse me. Can you let me through? Hm. Okay. 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 Es ist Zeit. Das ist Beweis, dass wir besser sind. Fuck. Ich habe eins verpasst. Nein. Ich hoffe, ihr genießt die Dance-Moves. Mir sind sie mich nicht so ganz vergönnt. Okay. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. Fuck. Jetzt verkackt einmal. Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Cute. Perfect. Sweet. Great. You're on fire. Wie lange geht das noch? Great. Sweet moves. Shake that booty. Dance. Super. I love you. Okay. Wer ist falsch? Hör auf, die ganze Zeit die Worte zu wiederholen. Das stört mich gerade ungemein. Okay, das ist das Ende. Sweet. Von, äh, von Party Capo, äh, frischer Sitzchen. Wie wir lieben da. Wow, Stoni, those moves were awesome. I'm so proud of you. I'm sorry to interrupt, but we really need to get going. The eternal happiness is still out there. Don't you want it? Oh, yes, I really want it. Let's go. Oh, so cute. Is that sugar? Is that why they're so sweet? Yes, sure. Why not? Look, the white rabbit. Follow it. Yes. Okay. Bye, Bean. Hey, you, on the other side of the screen, listen, I know it must be hard not knowing much about our little lady's future. Will Miss Fortune rarely die? If so, how will she die? And when will the evil fox kill her? Will she find the eternal happiness? I personally hope she does. We are there. Act normal. She's coming. Okay. Oh, Miss Fortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We are one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great. Because I'm not allowed to be outside this lake, you know? Don't worry. It's not far from here. Great. I don't like this. Maybe I should go back home. Besides, I didn't tell mommy I went outside. Bye. Oh, da ist das sie? Soll das sie sein? Oh, da ist das Mädchen auf dem... Oh. Ich mag's, dass das Fahrrad geklaut wurde, bis auf das eine Rad, welches abgeschlossen wurde. Phantasmagoria? Was ist denn das Spiel? Phantasmagoria is coming to Openfield? That's so awesome! Maybe we could find time to check it out later. Who knows? Right. Don't play with my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. Alright. I can't wait. Okay. Wer zum Fick war der Typ da drüben? Können wir ihn noch erwischen? Ich habe das Gefühl, der ist schon weg inzwischen. Look, it's Benjamin from the Hoots in the Woods. You know, if you ever want to hang out or something, I'm available. Lol. Don't engage with that wild fox. I told you, foxes are dangerous. Let me handle this. Benji, are you a wild, dangerous fox? No, Benji, don't go! Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. Alright. Oh, this is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. She's so fröhlich. I didn't know Benjamin was so... I will with the smile of the dame reden. Nein! Oh. What did you just say? Oh, I didn't mean it like that. Huh. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. It was so fröhlich. Are we going to the park? Yes. Okay. Okay, I'm going to the park. Slow down, you fuck! Miss Fortune. What? Language. Ah, pff. Mr. Voice? Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My Sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my Sparkle? That's not necessary. Huh. Don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Voice! Oh, well. Thank you. Anyway, let's go find the prize and make mommy proud. Yes. Okay. It says, don't feed the bird. Ah, okay. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sign Anne. Hmm. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Definitiv. Listen to this one. Both hanging too low. No signature. Where are they hanging from? Oh, look. A drawing of a cat. Come on, Miss Fortune. Let's go. Alright. Sie hängen einfach zu tief. Oh, nein! Look at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the thumb box next to school. He didn't have any clothes on and the police officer beat him with a stick. Fascinating. Remember that fish you picked up earlier. You mean Rodrigo, my fish friend forever? You should give it to the seagull. I'm sure it would appreciate some company. Hmm. I guess that maybe that would be a fair thing to maybe do. I guess. We will give him so was from the fish. Therefore, we have our fish with him. I hope this fish brings you as much joy and love as it did to me. That was very kind of you. Thank you. What? Oh no. Rodrigo is dead now. Of course. Seagulls love eating fish. Why didn't you say something? Well, now you know. Isn't it fun to learn? I guess so. Rodrigo. I'll bury him later. Oh. Der arme Rodrigo. I guess so. Kevin's dad is always not fit. Oh yes. Would you like to ride the royal horse of the park? Yeah. Royal horse you say? I'm a little princess you know. Look at me. I'm on the horse. I, horsey. Stop it. Oh. Oh. That was unfortunate. Are you alright? I'm okay. Are you worried because I'm such a little lady? Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So, you know what I mean. Lacht. Kein nervöses Lachen. Einfach nur ein Lachen. Sie lacht immer damit sie traurig ist. Oh, fuck. Oh. Oh, my God. This could be my opportunity to finally dance for real. Would you like to show me some of your dance moves? Zeig deine... Wir lassen... Wir lassen die Ente tanzen. Nah. I haven't practiced for a while. I leave it to the pros. Tanz, Ente. Cool dancing. Oh. I'm okay. I'm okay. Oh. Du musst aufpassen. Oh. I have to miss... I'm okay . That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh. If you say so... Perhaps mit der Ente reden? Oh, leider nicht. Ich wanna go with it. Ich will so gerne mit der Ente reden, aber das ist mir leider nicht vergönnt. Yo. Ich muss gar nicht erst drüber nachdenken. Wenn die Bäume nackt sind und der Wind kalt, wenn der Geruch von verrotteten Öpfeln gegen den Stein krach. Nein. Nein, nicht Stoney. Nein. Nein. Wenn die Bäume nackt sind, wenn der Wind kalt ist, wenn der Geruch von verrotteten Öpfeln schlägt gegen den Stein. Nicht der Steigen. Steigt hier nicht gerade was? Nein. Sondern das Blatt, das weggewählt ist. Warum versuche ich überhaupt das zu lesen? Okay. 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 Hopefully I like my Stoney so much. Okay. Okay. thats Way differ. So much. Uh oh. Ja. Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No, use the shovel. What shovel? This shovel. Ah, that shovel. Okay. Good news, I have a shelf. This one says, Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Hehehehe. 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 Eww, smells like hot dogs. I guess it's not the fish. Hehehehehe. Can I do something missing? Or not? Moment. Oh. Oh, check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell mommy? You won't go missing. We'll go back home, right after we find the prize. Ah, okay, nice. Nice. Okay. Ganz ehrlich, die vermissten Kinder vom Erzählen in den Tod geschickt wurden, aber das Spiel nicht gespielt. Keine Ahnung, ich bin noch dabei, das Spiel zu spielen. Okay, let's see. Aufbuddeln. Zeig mir den Mops, der den Mann erwürgt hat. Ah, nothing. Hm, Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Hm, erotic novel. Talk about crazy. Der rotische Katzenroman. It says, Paul died doing what he loved. It's in full. Ew, yikes forever. Yikes forever. Nein, mit dem werden wir nicht ausbuddeln. Nah, I don't think so. Ah, let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Ha, I don't get it. Nein. Nah, I don't think so. Ist das der Friedhof der Kuscheltiere? Yeah. Look, this grave is available. What do you want to do? Rodrigo. Er hätte es so gewollt. Ich bin dafür verantwortlich, dass er gestorben ist. Ich will dafür sorgen, dass er ein vernünftiges Begräbnis bekommt. Oh, Rodrigo. Rodrigo smelt like a fish. I like that in a fish. He was nice. I hope he liked me. Bye, Rodrigo. Rodrigo. That was beautiful. Thank you. Das ist einfach deprimierend. Außer im Vidi hat er es irgendwie abgegiftet. Wir bid ihm dank. Mr. Bubbles ist doch ein Fisch. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Yes. Really? Yes. You see the little box? Open it. Oh, okay. Excellent. Okay. Eternal happiness. Oh, my God. Is this the right? Okay. 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 Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Benjamin. He didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. Yeah. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Yes, let's do that. Oh, such a letdown. Where is the fox? Look, there he is. Benjamin, did you steal my eternal happiness? Not cool. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Yeah. Benjamin really disappointed me. Wir werden ihn finden. When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they are in pain. Okay. Children in pain? Oh. Did you find something, Miss Fortune? No. You're imagining things. Okay. Wo würde ich mich da rumtreiben, wenn ich ein Fuchs wäre? Haben wir Gänse in der Gegend? We should keep our eyes open, in case we see the fox. They know how to hide. Alright. Wo ist der Fuchs? Da ist der Fuchs. Oh, check out this stone. It's different from regular stones. I'm telling you. I think you're right. Oh, this piece is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. I'll put it back. Fuck. Warte mal. Ich glaube, ich würde gerne lesen, was da geschrieben steht. The name of Death is what feeds the shadows of the beyond. Huh. What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Huh, really? Maybe there's some more nonsense around. Yeah. Maybe I didn't just admit. Ah, that hole looks very much like where the fox would hide the prize. You mean I should go down there? Yes. Don't worry. Nothing bad will happen. Nothing bad at all. Okay. You sound very sure. I'll trust you. Dann gehen wir wohl runter. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. But I need that happiness myself. And for mommy. Hello? Anybody down there? Oh. Und sie hat's wieder mal geschafft zu fallen. Oh, that was a pretty big fall. Hello? Mr. Voice, are you there? Mr. Voice, is not here. Can you not hear here? You can't hear here. Sweet. I found a needle in a haystack. That is a pretty happy place to have. Oh, damn. I dropped it. Ugh. Was ich verarschen. Du hast sie in einem Heuerhaufen gefunden und hast die Fallen gel... Oh, Gott. Hm. Ich glaube, wir werden uns das mal genauer anschauen. Das sieht ziemlich vertrauenswürdig aus. Fox repellent? I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Das fuchs-up-espray. Es funktioniert wirklich. Uh, ein Schalter. It looks like there's somebody else behind us. Hello? Ah, die werden wir in den Schalter. Oh. Lass es nicht fallen. Ich werde versuchen, die Flasche nicht fallen zu lassen. Ich kann für nichts garantieren. Ein Fuchsbau. What are you doing? Benjamin? Nein. Benjamin ist unser Freund. Benjamin? Oh. Wir können nicht einfach, äh... fuchs-prain. What have I gotten myself into? She's such a mess. Maybe it was a mistake, choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? It's not natural. Oh. Oh, nicht so wieder. Miss Fortune. You're alive and well. That's great. Yeah. Where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See? I told you. That fox is evil. Yeah. Maybe I should listen to you. We still need to find a fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay. I'll just hang around. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen. Was gibt's hier so zu sehen in der Zeitung? Keiler Künstler. GM nach Vorfall. Urgestand. Mein Sohn wird vermisst. Vogelinvasion. Wir haben nicht gewonnen, aber wir hatten Spaß. Oh, das ist bei Sport. Das heißt, es ist ja aus Openfields. Let's see what's new. Let's see what's new. Ja, es ist ja so ein, der... Auch nach Unfall im Ruhestand lokaler Künstler... Es ist der Typ, der den Penis gemalt hat. Na. Oh mein Gott. Wir müssen da hin. Ich habe eigentlich eine kurze Google-Search gemacht. Ich habe herausgefunden, dass der Fosch eine Freundin im Zoo hat. Oh, wirklich? Wir können gehen und sehen, ob er weiß, wo der Fosch lebt. Aber wie kommen wir zum Zoo? Es ist wirklich weit weg. Warum? Wir nehmen den Bus, natürlich. Es sollte ein Bus-Stopp näher sein. Ah, okay. Warte. Sie hatte auf einem der Fotos, wo sie das Kind zu sehen war, ein Tablet, auf dem sie auch eine Google-Suche gemacht hat. Er hat gerade gesagt, dass er Google benutzt hat. Aber auf der Zeitung war das Jahr 1993. Reisen wir durch die Zeit oder sowas. Ja, okay. Uh-oh. Oh, okay. Ich glaube, das ist das Mädchen auf dem Plakat, das vermisst wird. Daniela Bambini? Daniela Bambini? Yes. Ah, okay. Ja, irgendwann kommt sie wieder. Oh, können wir den Schnaps laden? Oh, those people in the picture look so happy drinking their use. Oh, mein Gott, wir können in den Schnaps laden. Ich meine, ich spreche nichts gegen eine gepflegte Umarmung, wenn ihr mich fragt. Das ist für mich. Er mochte in der Streece, er mochte, helft mir das zwischen dem Bad, dass unser Bus geht. Open it. Alright, I'm doing it. There's just a picture inside. Really? Can I see? Es muss sein Kind. Was denkst du? Ja, warum nicht? Ich wusste es. Ich bin so ein cleverer kleine Mädchen. Eine Zeit, Mama meint mich hier und mich vergessen. Ich musste in der Nacht spielen, bis ein securityer Mann mich gefunden hat. Er dachte ich war ein Raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, except for me crying a lot, but it was fun. Äh, voll easy, was 20 Monate. Ich weiß nicht, wie wir die im Dank. Ich hoffe, du wirst einen 30 Monate Badge vorbereitet. Nein. Ich glaube, wir haben aber einen 3-Jahres-Badge, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Nee, ich glaube, wir haben aktuell das letzte... Happy Face. Wie mir gefällt der Laden. Es sagt, let's face it. Sometimes we are just too tired to smile. Use Happy Face and stop pretending. Okay. Damit tun wir nicht nur so, als würden wir lächeln, sondern wir lächeln wirklich. Ich weiß, dass du lange Zeit kein Glitzer einsetzt. Ich konnte jetzt sicher, dass das am Anfang ein Tutorial war, um dir zu zeigen, wo du Glitzer benutzen kannst. Ja, ich bin mir inzwischen auch unsicher. Was hat die ganze Type anfangs immer aufgelo... Oh. Siehst du, hier leuchtet es wieder auf. Hm. Dass man an die Orte einfach zurückgeht, um Glitzer wieder einzusetzen. Ja, ich habe keine Ahnung mehr in dem Punkt. Der S3-K737. Oh, shit, wirds als Water. Resurrection. Wie wir lieben. Dank. Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir werden mal schauen, ob wir eine freundliche Maske für uns finden. Oh, das ist der Typ, das den Geldbeutel geklaut hat. Bleibt unauffällig. Es werden viele Kinder vermisst inzwischen. Kann das sein? Kann ich den Hase mitnehmen? Oh. Oh, nein. Oh, Gott. Nicht mit der Frau an der Bushaltestelle reden. Haltet... Oh, Gott. Nein. Nicht in ein Gespräch verwickeln lassen. Ah, look. Wir müssen zwei Minuten warten. Yikes, für immer. Ich kann nicht warten, um Benjamin zu treffen, bei der Züge zu treffen. Ich werde sagen, wie badly Benjamin behaved. Und dass Benjamin sich für ein Schmerz ist. Das ist großartig. Es heißt, dass alle Kinder unter 15 Jahre alt. Can ride the bus for free. I'm eight, so I'm good. Great. Hmm. Now that I think about it. Maybe you'll need a bus ticket. You sound old. Ah, I'm definitely older, but nobody can see me. Ah, okay. Are you like 20? Yes, more or less. So alt. Man kann bei uns nur, wenn man unter 6 Jahre alt ist, gratis mit dem Bus fahren. Wirklich? Ich dachte, man kann gar nicht gratis fahren. Hecht gesagt. Wir werden uns gar nicht mit ihnen aufhalten. Sie sind es gar nicht wert. Also von der 7 Blattrands, 20 Monate. Wie ist das Hübschen? Wir lieben Dank. Verstehe ich nicht. Ach, trifft deine Wortwahl. Okay, ich würde sagen, wir können mit den Damen nicht reden. Wir besetzen uns einfach. Ich bin sehr tired von all den Wokern, du weißt? Ich kann es mir vorstellen. Du hast sehr kleine Fuß. Ja. Ich bin ein kleiner Mädchen. Das ist so, ich bin. Check diese alte Mädchen aus. Sie sind ein bisschen schade, nicht wahr? Nein. Honest, ich habe schon mal gesehen. Wirklich? Ja. Du weißt, meine Mutter auch die Maske. Sie mögen sie ihr schmutz und schäuze hinter dem. Würdest du eine Maske haben? Vielleicht. Ich weiß nicht. Der Bus ist hier. Ich hoffe, ich hätte noch zu machen. Wir müssen uns erzählen, wie wir ihm denken. Oh ja, Hiro! Sogar ein Kalb! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich denke, wir sind nah an der Zoo. Okay, gut. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Oh Gott! Okay, lassen wir uns das einfallen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Okay! Ich weiß nicht ganz, ob du ihn streicheln kannst. Warte! Wie wir die ihm denken? Wie wir die ihm denken? Wie wir die ihm denken. Ich dachte, das wären drei Monate. Warum habe ich das Gefühl, der Mann ist ein Pedo? Wenn du dieses Gefühl bekommen hast, ist bedenklich. Das ist nämlich nicht normal, davon auszugehen. Das ist ein bedenklicher Gedankengang. Das war fucking einfach. Hast du noch einen Film gesehen oder was? Nein. Aber der Film ist bald in der Stadt. Er weiß ja auch, was der Fox ist. Was sagen würde. Ja, hör mal. Oh, diese Vögel sind einfach nur eklig. Der Haken und der Holzfuß. Oh mein Gott. Mit dem fucking Haken und dem Holzbein. 60 bis 100 Jahre. Oh, was ist das? Schärfer, der Fackadilius. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. They don't care about anything, as long as they are occupied by mindless entertainment. Oh, really? Fickadilius des Scheissius. Das ist Spirit-Animal-Material. Ich meine, wenn wir jetzt schon angefangen haben, Diebe zu werden. Können wir jetzt welche der Vögel da hinten füttern? Ja. Ich fütte mir den Fickadilius. Nein. Nein. Können wir noch einen füttern? Ja. Foki. Ja, aber der, der wird sich darüber freuen. Dass ich die Missfortune, die ich kenne. Sie wird langsam erwachsen. Ich muss ihre eigenen Entscheidungen treffen. Feder. Das ist mein Achievement, das ich bekommen habe. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe eins bekommen. Ich will zu dem Flamingo. Ich will zu den anderen Tieren. Ich will einfach sagen, ich habe einfach einen Hormon. Ja. Ich bin Schmerz. Was ist mir passiert? Ich weiß es nicht und, was? Äh, Lord Brotowisch-Kannsatzmonatär-Bürste-Züttchen, wie wir die im Berg. Da ist Fuxi. I wish I could write Japanese, so I could send a cute postcard to my friend Hira. But where does a ghost live? Stop lying, Miss Fortune. Ghosts are not real. You're just jealous, because you don't have a ghost friend. You're just jealous, because you don't have a ghost friend. Oh, look at those sweet blushes. They could be all my babies. Don't get too attached to those toys. Don't worry, I'm just looking. Just looking. Oh, wir gehen zur Toilette. Der Eisbär. Oh, der fühlt sich bestimmt wohl. Popsicle, der Eisbär. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Looks like this area is closed to the public. Oh, dammit. You will have to sneak past the janitor to get to the other side. Don't let her see you. Otherwise, she will lock you in and call your mommy. Oh, don't worry. I'm like a sweet little ninja. I could hide behind those boxes, right? Great idea. Hide behind a box until she turns her back to you. Okay. Lass uns nicht von Isbjörn, äh, dem Isbjörn sehen. Look. The bear in the picture is sucking a popsicle. It looks like it's strawberry flavored. Mmm. Yummy. Nein. Du. Well done, Miss Fortune. Now, wait for her to turn her back to you. And then kill her from behind? What? No. Oh, god. That's what the ninjas do in movies. I've seen like all of them. Don't tell mommy. Well, this isn't a movie. So just do as I say. When she turns around, you can jump out and keep moving. Ah, alright then. It just looked a lot cooler on TV. Silver text is more tech research. I'm like the shadow ninja master. She never saw me. Don't celebrate just yet. There's one more box you have to sneak past. Okay. You better watch me when I nail this one. Okay. Schau ich den, äh, den Isbjörn an. Sieht so fröhlich aus. Oh, my God. Oh, my God. Come schon! I made it. Little linda lady is the best. Well done. Thank you. Chief and become a ninja lady. We're getting pretty clothes. this one looks like the other one that didn't look like the other ones you see yes so you know yes oh look it fit Wir nehmen den Stein wieder mit. Hier sind wir. Und niemand sieht uns kommen. Du hast wirklich deine Ninja-Skills nach hinten gewonnen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das Beste da hinten war. Nein, das stimmt nicht. Du bist nicht eine kleine Frau wie ich. Du bist nur ein Junge. Oh, du siehst. Ich bin viel, viel mehr als das. Aber du solltest jetzt gehen und den Wolf treffen. Du hast es. Du kennst den Wolf, du kennst ihn, du kennst ihn und du kennst ihn. Wie ein Ninja. Okay. Mit Smilderunus an der Stelle. Es sagt, Canis Lopus, auch als der Big Bad Wolf. Sein Lieblingsnack ist... ...red-hooded kleine Mädchen. Uh-oh. Oh. 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 Nein. Oh. Oh. Nein. Oh. 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 Das ist der Eisbär mit dem Eis. Shit. Oh. 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 8, 9, 4, 5. Nein, es ist eine 6. 8, 6, 4, 5. Okay, notiert. 8, 6, 4, 5. Oh, ihr wollt mir also sagen, dass das auf dem Zettel, das auf dem Zettel, kann ich den Zettel irgendwie anschauen? Da war nämlich tatsächlich keine, es war der 9 drauf zu sehen, allerdings statt dem der 9 eine kleine 6 und hat einen Pfeil drauf gezeigt, okay? Das ist jeder, der sagt, die Kombination war 8, 9, 4, 5. Ihr seid die Art von Leute, die ich in der Lage werde, das Spiel durchzuspielen. Weil euch die Geduld fehlt dafür und die Auffassungsgabe. Von der Exilia V, äh, Fritz, das Hütchen, wir bedienen Dank. Ist trotzdem eine 9, natürlich ist es eine 9, aber es sollte eine 6 sein. Zeig den Zettel, ich kann den Zettel nicht zeigen. Hm, ein Geheimnis in der Seite? Man sieht. Oh oh. Is there a king in here? Cool, another doll. When broken hearts are chosen, to receive the gift from the beyond. A gift you say? Fear. What's that? Nothing. Hm, do I smell tea? Pumse! Ich würde gern die Qualle da unten anquatschen. Das ist ja nicht möglich. Gut, dann haben wir die Seine, wir versuchen die Kombination. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. So, hier steht 6. Moment, 4, 5. Also, in there. Sleep time 97, 19 Monate. Research 17. BVD deck. That's it. Okay. Moment. Check out my computer skills. I bet the password is this one. Wait, Miss Fortune. I think you're holding the paper upside down. Don't interrupt me. I know what I'm doing. Keep quiet. Fünf, vier, sechs, acht. Oh, yeah. Miss Fortune Ramirez Hernandez is a computer scientist. You really surprise me. A private shop. Let's see what it says. Popsicle. Is that a code? Talk about crazy. Äh. Okay. LOL. OMG. WTF. Okay. Warum wurde der Penis gemacht? 27581. 27581. 27581. Yes. Der Schlüssel. I'm the best little ninja lady. I got the key. Well done, Miss Fortune. Very impressive. Thank you. Das war ziemlich beeindruckend. Okay. 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 Wir werden jetzt da reingehen und es wird nichts Schlimmes passieren. Okay. Der Wolf ist abgehauen. Ich bin mir sicher, dem, äh, um den Wolf wird sicher niemand Sorgen machen. Es ist also ein böser Cousin. Es ist also ein böser Cousin. Er ist bei Boat. From Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me, we are going to Phantasmagoria? Oh mein Gott. Change that way. Yes. Sweet. I always wanted to go. Yes. Auf nach Phantasmagoria. Are you up for another round of questions while we walk? Sure. My question, answer and skills are all warm up. Great. Great. And, as usual, just be honest and you'll do fine. First question, have you ever heard this question before? Nein. Na, you mean this one? Yes. I have not heard that question before. All right. Second question, have you ever lied to a friend? Jeder, der Nein sagt, belügt sich selbst. My daddy comes and picks me up after school. I also walk behind the trees and sneak home when she's not watching. That's so sad. If you say so. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? What's the deal? Oh. It was very calm. Not like in the movies. It was different. I told him to come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Yeah, I can hear. Exciting. Oh, shit. Mogi hat letztens fully belogen, als er meinte hatte fully gettet Videos dabei. This looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Ein Ticket! Please, don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be. But I'll check it out. Oh, mein Gott. Wir können eine Runde in Phantasmagoria fahren. A ticket for real? Sweet and spooky. Thank you. You're welcome, Miss Fortune. Now, let's go find a boat to the fox. Remember? Mm-hmm. Is that a skeleton? Oh, creepy. A ghost? Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. Wir können den Zauberstab wieder wirken. It said, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. So fröhlich. A creepy clown? That's creepy. Ech. Dann können wir nicht noch mal. Okay. Jetzt können wir weitergehen. Soll ich dänisch oder schwedisch? Ich hab absolut keine Ahnung. Nein! Der Ballon. Ich habe nur ein Ticket, so ich kann nur ein Rhyme fahren. Ich schaue erst mal. Okay. Oh, oh. Ich könnte mit einer Bahn fahren. Oh, das ist ein Riese. So muskulös. Oh Gott, diese Riesen. Kein Fan davon. Was ist denn, wenn wir mit einem fucking Karussell fahren würden? Wer zum Fick denkt ihr, was das hier ist? Das ist so Fick ist das. Das ist wirklich etwas. Das ist wirklich etwas. Sorry, vielleicht etwas zu detailreich. Oh, das Horrorhaus. Karussell oder Horrorhaus? Ich meine, einer war fürs Karussell. Zwei. Es gibt eine Rutsche. Horrorhaus, das ist so schaurig. Horrorhaus, das ist so schaurig. Horrorhaus, das ist so schaurig. Beängstigend. Nein, nicht nochmal übergeben. Oh, das war enttäuschend. Oh nein. Nein, nicht zum dritten Mal. Oder das ist das vierte Mal dann. Schaffst du das? Die Animation ist sehr gut. Sieht halt wesentlich schlechter aus, als das eigentliche Spiel. Hiro. Konnichiwa. Okay, wir werden die nochmal auffinden. So, ihr macht, dass ihr euch einfach mehrfach übergeben müsstet. Was passiert oft? Oh, of course. You must play one, before we leave on the boat. I just love it here. Don't you? Who doesn't? I want to play a game now. Massacre, wake up, Fox. Ah, ich denke, wir fangen mit dem Massacre an. Danger, not real bullets. Nice. Hey, das ist gut, kein Problem an der Stelle. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Jetzt wird's ernst. Okay. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness. And whack them, whack them. Okay. Sorry. Cut down. Sorry. Nein. Nein. Cut down. Ja, mein Verpasser. Ich denke, ich wäre gut dabei. Yes, I won. Great walking misfortune. Wir werden nochmal spielen. Cut down. Sorry. Perfekte Runde an der Stelle. Okay. Ich denke, wir haben es soweit geschafft. Jetzt können wir uns was sickes dafür kaufen. Mr. Voice. Can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look. What's that? A floating balloon. Is it for me? Yes. Okay. Thank you. Oh, Miss Fortune. I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. Sweet. A fortune teller. Can I try this? Oh, Herr Trigger. Ich denke nicht, dass unbedingt eine Bahn nötig wäre. Ich denke, ein Timeout wäre ausreichend gewesen, das irgendwie in den Raum zu werfen. Äh, nein. Doch. Nein. Nein will ich nicht. Ich denke, wir wollen hier was haben. Ich weiß genau, was ich will. I know who will look amazing in this tiny cool hat. Shut down. Oh, there you go, Stoney. You look like a rockstar. Yes. Er sieht aus wie ein Rockstar. So, im Grunde muss der Rollercoast spammen. Oh, wirklich? Okay, dann ist es okay. Das habe ich nicht gesehen. Dann habe ich nichts gesagt. Weil die Medaille ist wie ich mit der Medaille. Ich habe keine Tickets mehr. Ich kann nichts mehr holen. It says you need one golden coin to ride the boat. Fuck. Also, das Spiel geht einfach nur darum, ähm, kleine Unglücksgeschäft zu spielen. Wird auf sauer müdend. Naja, aber das Spiel ist halt auch nicht allzu lang. Ich denke, es ist unterhaltsam immer noch, weil es, äh, ziemlich gut geschrieben, würde ich sagen. Ziemlich charmant. Aber wenn das jetzt acht Stunden noch so gehen würde, dann absolut. Dann wäre es sehr, äh, ermüdend. Ups. Wollen wir direkt fünf für die Puppe auch noch? Wollen wir direkt fünf holen? Boink. Da wäre wahrscheinlich die Überlegung wert sogar. Boink. Sorry. Ups. Pass down. Puppe für die Lore. Okay. Noch dreimal. Ich freue mich, ob es 20. Vielleicht gibt es den Chief mit dafür oder so. Sorry. Er ist nicht schief, wenn er sich mir nicht holen will. Pass down. Ups. Ups. Okay. Noch zwei. Was? Was ist denn daneben? Shit. Wäre nicht schneller oder so. Wie kommt das Ticket ja so oder so? Und noch ein weiteres. Ups. Sorry. Cut down. Ups. Sorry. Boink. Okay. Auch wenn mal das jetzt reicht. Oh, wir können auch zum Barsager gehen. Fuck, ihr habt recht. Ah, bei der Barsagerin waren wir auch noch nicht. Wir holen uns erst mal Zeug aus dem Automaten hier. Dann schauen wir, wie viel die Barsagerin will. Oh, wir haben sogar. Au. Au. Das kostet nur vier. Oh, wirklich? Reality will transform into what the child desires the most. Oh, really? A desire, you say? I like the desires. What did you choose? Nothing. Und eine Schokolade, nice. The golden chocolate cream looks delicious. I'll take that. Nice. Oh, da würde ich sagen. Wir gehen noch zur Fortuna-Lady. Sweet. A fortune teller. Can I try this? Yeah. Hello, I'm Miss Fortune, Ramirez Hernandez, and I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond, the beyond sees you, and you can be sure, it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Ah, wir wollen es nochmal versuchen. Wir werden es nochmal versuchen, Verzeihung. Vielleicht bekommen wir da was anderes. Die Lore ist wichtig. Das ist das letzte Mal, dass ich das spielen werde. Das Spiel ist fucking langweilig. Oh, mein Reward-Ticket. Wohl drei? Ihr werdet keine drei mehr holen. Wir machen jetzt noch eins. Ich denke, man braucht über fünf Punkte, um ein Ticket zu bekommen. Will ich das komplett machen? Das wird zu langweilig. Oh. Mehr Tickets? Äh, luptrono, äh, frisch das Hütchen. Vielen lieben Dank. Wir holen mehr Tickets. Wir müssen wissen, was es gibt. Wir holen jetzt noch zwei Tickets. Und noch sieben Mal. Ihr werdet es nicht noch sieben Mal machen. Und jetzt noch zwei. Sorry. Oh, das waren alle. Yes. Das ist wirklich beeindruckend. Ich weiß, nicht wahr? Okay. Okay. Ich denke, wir haben alle Tickets geholt an der Stelle. Okay. Okay. Again. Ich denke, wir haben alle Tickets geholt. Er hat das Gefühl, der Sprecher hier. Er kontrollierte die Raben. Wir haben zufälligerweise eine. Was für ein Zufall. Okay. 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 Ich bin bereit, loszufahren. Das wird so cool sein. Ich hoffe, wir werden die Zufall aufgeben. Das stimmt. Oder der Kraken. Was ist ein Kraken? Wenn du es siehst, dann wirst du es wissen. Aber sag mir, ich bin jetzt interessiert. Wir haben nicht Zeit für das, Missfortune. Lass es nicht. Aber jetzt werde ich es immer wieder denken. Einfach nicht daran denken. Wir werden es schon sehen, wenn er vor uns steht. Er schwimmt. Kraken. If you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Oh. Sweet Kraken. Come up in front of me right now. Oh. What's a freaking Kraken? Hey. This place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking. Is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken. Nein. 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 Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox, who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you call it coils? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune. Just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know? I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Ah, stop talking. Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hi. Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Ah, stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Er hat genug gehört. Er war es leid. Ah, wir sind auf der Insel. Uh, da ist Neiman und Roboter. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Hiro? Oh. What do you think about that? Hierro. Check this out, Stoney. This is your family. From the woods. Say hello. And now say bye bye, baby, Stoney. Because we're living. Wo war Stonys Hut? Oh Gott! Vielleicht hätten wir nicht auf die Insel gehen sollen. Zum Fick. Ich traue meinem Freund Benjamin. Benjamin! Benjamin? Benjamin, warte! Was sollen wir machen, Chad? Wollen wir auf Mr. Voice hören oder wollen wir Benjamin hinterherlaufen? Was, was würdet ihr bevorzugen? Okay, alle sagen B. Okay, ich würde auf Benjamin hinterherlaufen, ehrlich gesagt. Was ist das? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist nicht so, dass ich den Fuchs nicht mag. Ich habe, was du nennen, Fuchsophobie. Ist das wahr? Ja, ich versuche. Jetzt, wir fokussieren auf der Eternelung wieder. Oh, okay. Das macht mich über Babsi, du kennst du? Ich zeige dir, Babsi, das Teddy? Ja. Er wird sehr traurig sein, du kennst du? Ich weiß, das Beartrapp. Weil er ein Teddybeer ist. Er ist in einem Welt der Fantasie, wo es keine Beartrappen gibt. Und wenn er in den Wald geht, er sieht das und nicht weiß, dass er es sterben. Jetzt sehe ich Babsi, zu einem Beartrapp ist. Das ist jetzt wie es. Er ist tot. Babsi hat tot. Babsi hat tot. Was bist du? About Babsi, nicht du hörst? Wir gehen jetzt, Frau Fortuna. Bye, Babsi. Er ist tot tot in der Beartrapp. Babsi. Ah, fuck. Fuck, ich konnte... Ich wollte es noch anklicken. Nein. Nee. Du glaubst in die Magie? Nein. Kein Grund, dem nicht zu vertrauen. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Ich denke nicht, dass der Sprecher ein Lügner ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Okay, schauen wir uns um. Oh, es sieht aus wie Benjamin ist gut an cutting wood. Er muss so muscular sein. Okay. 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 Ich denke, der Sprecher sagt immer die Wahrheit, weil es auch nicht heißt, dass es was Gutes ist. Nein, ich denke nicht, dass Benjamin böse ist. Ist das Benjamin? Er hat ein bisschen süßes Style. Ich mag es. Wow. Ein Videoplayer von Sü. Okay, wir werden ein paar VHS Kassetten anschauen. Inwards. Oh mein Gott, ja, bitte. Wir sehen uns. Benjamin ist auf TV. Ist das... ... das Monster? Dammit. Ich bräuchte Benjamin's Tape. Vielleicht kann ich es fixieren. Oh, was ein Kassier. Ist das Benjamin's Diäre? Benjamins Privatsphäre respektieren. Oder lesen. Ich werde nur ein bisschen schauen. Von Benjamin. Johannalios Redfox. Ich wusste, dass sein Name war Benjamin. Also Benjamin ist nicht aus Openfields? Ich glaube, er hat einen Akzent. Ich liebe das in einem VHS. Äh... Ich muss auf eine gefährliche Mission. Mission erledigt... Äh... Muss erledigt werden. Dafür hab ich trainiert. Nervös, aber okay. Muss mehr Selbstvertrauen lernen. Bin aus, äh... Seeners... Seen... ... nach Pandora gereist, als Nebel kam. Packe Dinge und Essen. Keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Miete Hütte bis Arbeit fertig. Aufgabe ist wichtig. Boss sagte viele Opfer in Stadt. Rauche Mut. Parasite, du sagst? Nach langem Weg in Nebel in der Stadt einkommen. Heißt, äh... Openfields. Kleine Stadt hat guten Wald. Hütte sehr schön. Hat Fernsehen. Küche. Schlafe auf Sofa. Schmücke Hütte. Fischbällchen riechen komisch. Habe Pilze jetzt im Wald. Nach Schlaf sehr erholt. Versuche Parasiten zu finden. Nicht gefunden. Erster Tag versagt. Viele Opfer. Äh... In Spiel von Parasiten verloren. Kann nichts machen. Betraurig. Schicke Nachrichten an Boss. Manche Opfer kommen nicht nach der... Seeners... Seeners... D. Seeparasit. Macht mir Angst. Keine Pilze mehr essen. Bauchschmerzen und viel Luft. Nicht gut. Nicht mehr Pilze essen. Wer sind die Begriffe? Was kann? Ben is afraid of the Parasite? Geht es irgendwie um die Erkenntnis, dass sie in Wirklichkeit tot ist und sowas? Das Japanische heißt auch irgendwie, wo kommt der Nebel her? Äh... Wo kommt der Nebel oder so? Ah. Pilze? Ernsthaftige Gefahr. Fühle mich nicht gut. Gefährliche Pilze. Oh nein! Ich sehe da eine kleine Wolke, die aus seinem Popo kommt, Benjamin. Bleibe zu Hause. Hacke Holz. Mache Tee und Wurzelsuppe. Schmeckt gut. Mache Puppen und Bilder für Opfer, wenn sie sie sieht. Gut. Parasite identifizierter als Morgo. Code P... Spielt gerne. Habe Anleitung für Schritte. Morgen Mut. Jetzt ausruhen. Bis Bauch wieder gut. Ah. Poor Benji. Keine Bauchschmerzen. Nur Luft. Geh raus. Helfe Opfern. Morgo weiß, ich bin hier. Morgo hat alten Tricks oft gemacht. Aber er macht Fehler. Hat Opfer ihn hören lassen. Opfer, Code Miss Fortune. Schöner Code. Morgo darf sie nicht haben, sagt Boss. Sie muss gerettet werden. Habe ich voll geschritten. Habe Morgo Gestalter nehmen sehen. Gruselig. Oh, da ist der Sprecher. Hm. Missing? A voice? Es ist ein Muster. Kennt das also der Erzähler? Vorstück Nachricht. Beobachte Haus von Opfern. Schlafe draußen vor Haus. Verstecke in Müll. Versage bei Finden von Parasit. Heute nicht gekommen. Großes Problem. Miss Fortune beobachtet mich. Seltsam. Warum sieht mich? Hat große Augen. Ich laufe weg. Fühlt sich warm an dem Bauch. Vielleicht kitzeln Pilze wieder. Big trouble? Miss Fortune? Aber das ist mir. Ich glaube, er ist in Liebe mit mir. Sehe Morgo alten Trick nutzen. Opfer merkt nicht. Alles wiederholt sich. Wiederholt sich. Muss mutig sein. Diesmal Parasit stoppen. Schicke viele Opfer nach. Sehner CD. Bin Level 2 Beschützer. Ich bin selbst. Ich selbst sicher. Habe ich jetzt. Primere Illumina. Was? Was auch immer. Illumination Stock. Immer wieder. Oh. Check out Benji Stick. Probier rein. Stock im Wald. Lustig. Fühle Mut. Übe. Missforschend zu helfen. Sehe. Sie redet zu viel. Glaube sie ist stark und lustig. Morgo von Scham verwirrt. Habe Film zu Holz sammeln gemacht und Parasit kam. Aber jetzt Mut. Ich nur ein bisschen Angst. Talk, 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 talk. Hm. Yes. I know how to talk. He loves me. Sag, Boss, ich mache heute. Alle Schritte gemacht. Frühstückstee gemacht. Komisches Gefühl mit Tee. Kräuter aus Wald sind lustig. Ich mut und selbst sicher heute. Ich bereit. Oh. Seht ihr wie muskulös. Er ist jetzt so fucking bereit. If Benji has a boss. He has a job. Then I can be married to him. Äh, ja. Es ist so fucking fun. Ich meinte. Er ist so fucking cool. Das war so cool. Es sieht so weit wie wenn es sich entspricht. Es sieht so was wie Benji mit mir sowas ist. Ich hätte eineur wie rapport. Das habe ich mich bedenken. be loved, the meaning of love und natürlich das Leben nach dem Tod. Schwingst du jetzt Tanzmann diesmal nicht? Wir werden ja sowas von dem Tee trinken. Oh, der Tod nach dem Leben. Oh, fuck. Oh, oh, jetzt passiert schon wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Keine Sorgen. Oh, nein. Sie wurden voneinander, äh, auseinandergerissen. Eigentlich schon wieder. Siehst du, vor dir sowas passierte, aber deswegen übergibt sie sich. Der Videorecorder lebt wieder. Der Hut steht ihm wirklich gut. Benjamin! Benjamin! Sorry, I broke your video player, but just on the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. What are you... Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary. I'm sorry if you're upset because I read it, but I was curious. Is it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. Hmm. She understands it so well. You can't hide the children. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Wir gehen da entlang. Uh. Okay. Okay, folgen wir Benjamin. Ah, das läuft nicht gut so weit. Habe ich gehört. Ungefähr 50 Mal. Oh, nein. Ist das Benjamin? Aha, so eine clevere kleine Frau. Okay, ziehen wir den Hocker rüber. Zeit, meine NINJA-Skills zu nutzen. Nutz deine NINJA-Skills. Schuss, ein kleiner BAD-Krog. Be quiet. This is a NINJA-Mission. Benjamin, are you here? Warum? So, it was Benjamin place in this. But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Warum war das nötig? Hm, kind of fish balls? This is like sushi balls. Wo ist Hiro? So, bevor wir da reingehen, möchte ich mich noch weiter umschauen. Hm, a picture of a key. Interesting. Ziemlich interessant würde ich fast behaupten. Stuhl. Oh, wir nehmen einen Schüssel mit. Hm, a real ninja lady always touches everything. A secret button. All right, then. I push the button. Ich meine, dass ich den Knopf nicht drücken würde. Drück den Knopf. Knopf. Sie hat den Knopf nicht gedrückt, oder? Hat sie den Knopf gedrückt? Hat sie? Oh, okay. Ich dachte, es ist genau dann aufgegangen, als sie... Oh, fuck. Miss Fortune, steh auf. Oh, oh. Miss Fortune, steh auf. Get up, Miss Fortune. You can do it. Ich mach' ich's für Benjamin. Because... You are the little lady Miss Fortune. Nee. Den wir mehr auf, scheiß Begründung. Okay. Okay. I'm out again. Anyone here? Bungie? Mr. Voice? I guess I'm alone. Oh, a baby deer. So sweet. Dream come true. Warte, sind die anderen Tiere vorher immer weggelaufen, weil sie tot ist, weil sie ein Geist ist oder sowas? Irgend deswegen... Und weil der eine Hund mochte sie. Ach. Ist das Benjamins Bag? Benjamin? Are you around? He must be in trouble. Okay, wir werden es gleich herausfinden. Vielleicht spielt Korset 15 Euro. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time and that's very suck. Okay, I trusted you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children. And I, I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Uh-oh. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. Now, tell me where Benjamin is. What do you do to him? Freaking monster. Let's see what's inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Ah, that's definitely not so good. Okay. Oh, this is really mysterious. Für Studenten des Beschützerkurses der Universität sehen deren Idee. Drei Schritteanleitungen. Drei Schritteanleitungen zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits. Oh. Da sich die Ultrarealität mit dem Konzept der Zeitformen sind neue Reiche außerhalb des Konstitutionellen, äh, Free, fünf Reiche essentiellen Existenz aufgetaucht. Nach dem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich reagiert. Sie nennen es das Jenseits. Okay. Okay, Ultrarealität. Verstanden. Einfach seit das Jenseits ein Ort der extremer Absurdität ohne logische physikalische Gesetze. Momentan können wir solche Wesen nicht in den, äh, Free erlauben, da das Fundament unserer Realität, äh, auf den energetischen und ethischen Werten der Ultrarealität vor dem Ultrakrieg fußt. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeit entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir, äh, erkennen, sind die Verhaltensweisen einiger Besucher, auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität, auch, äh, Pandora genannt, und suchen frisches Fleisch, das dann in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer. Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das ungleiche Gewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge der Ultrarealität zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach, äh, Sener-CD. Die Anleitung in diesem Buch ist mit, was muss mit großer Sorgfalt, äh, befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Für jedes Opfer, das der Beschützer nach Sener-CD führt, äh, wird der Beschützer mit neuen Leveln, Hilfsmitteln und weiteren Schritten belohnt. Oh. Schritt 1. Der Beschützer muss die Opfer und den Parasiten lokalisieren. Parasitenfall Morgo. Herausfinden, ob das Opfer Unterstützung benötigt. Wenn eben so ist, Schritt 2 weitermachen. Unterstützungscheckliste. Das Opfer scheint seine oder ihre Identität vergessen zu haben. Hat sie nicht, oder? Seid es, das Opfer ist bereits tot, hat er es aber nicht realisiert. Drittens, das Opfer glaubt, die Illusionen des Jenseits sind echt. Viertens, das Opfer freut sich mit den Parasiten an. Ah. Ich denke, die letzten drei Punkte könnte ich mir vorstellen. Den ersten Punkt bin ich mir noch nicht ganz sicher. Äh, Parasitencheckliste Morgo. Erstens, entstellt die Wirklichkeit zur Absurdität. Ich meine, er hat sie belogen, um sie machen zu lassen, was er möchte. Und die Krähen gibt es überall. Zweitens, Parasiten scheint freundlich, verfügt das Opfer, gefährliche Spiele zu spielen. Ist korrekt, falls wir uns sehr an das mit dem Gewehr erinnern. Drittens, wann ist ein Gestalt zu einer menschlich-tierischen Gestalt? Ist Spanium in der Parasite? Was? Okay. Okay, 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 okay. Äh, okay. Viertens, lernt schnell über seine Umgebung. Sprache, Kultur sind kein Problem für Parasiten. Oh mein Gott, Benjamin ist der Parasiten. Was? Ich meine, Benjamin hatte Probleme, die Sprache richtig zu beherrschen, wie ihr am Tagebuch gesehen habt. Fünftens, große Schwärme schwarzer Vögel erscheinen in der Nähe des Parasiten. Sie füße die Augen von Morgo und geben ihnen einen Überblick über seinen Spielplatz. Aber waren die Krähen immer in der Nähe von Benjamin? Ich bin mir unsicher. Benjamin ist der Beschützer, die Stimme ist der Parasit. Das würde man zunächst meinen, aber die Punkte treffen auf Benjamin zu. Vor allem das Lernen schnell über seine Umgebung, Sprachkultur sind kein Problem für den Parasiten. Weiß nicht, oder? Wir werden weiterschauen. Schritt 2. Die Umgebung nutzen, um den Opfern zu helfen, den Parasiten zu erkennen. Der Beschützer kann zum Beispiel einfache Nachrichten an öffentlichen Orten hinterlassen. Die Aufmerksamkeit des Opfers zu schärfen. Oh doch, das ist Benjamin. Es ist strikt verboten, direkt mit dem Opfer zu interagieren. Dies könnte zu einem irreversiblen Traum im Kopf des Opfers führen. Wenn der Parasite das Opfer tötet, sofort zu Schritt 3 gehen. Doch Benjamin hat der Zettel hinterlassen. Und sagen wir morgen, der Parasite in uns hat uns dann gesagt, da ist nichts. Ignorie das weiter. Der Zettel hat ja auch keine Sprachprobleme. Ja, das ist zwar, aber da steht ja auch, dass er, ähm, dass Sprache und Kultur keine Probleme für den Parasiten sind. Und dann wiederum war die Sprache definitiv ein Problem für, äh, Benjamin. Nehmen wir mal darüber nachdenken. Schimmer hat er auch Zettel hinterlassen? Hat sie? Schritt 3. Vorbereite auf direkten Kontakt mit. Ah, fuck. Ich bin so verwirrt. Okay. Warum? Aber sie hat direkten Kontakt mit Benjamin gehabt. Also passt der Erzähler besser als Beschützer. Ja, das ist... Wer ist jetzt wer? Wir, 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 wir gehen weiter. Ich denke, man könnte für beides Argumente finden. Eine heile Tasche. Okay. Sie hat den Erzähler nie gesehen. Doch der Erzähler hat diese Hirschform. Das heißt... Sie haben beide eine tierisch-menschliche Form. Ja, es ist schon so bewusst gemacht, dass beides passt. Alright. I guess I'll take the train back home. Now, when I look at this, I can see what Benjamin tried to warn me about. He knew all along. Such a foxy boy. Oh, Benjamin ist der Parasit. Jetzt nach der Auszeige bin ich mir sicher, dass Benjamin der Parasit ist. Fan. What? Doppelpunkt D. Wenn sie versteht, wenn sie sagt, erst Benjamin ist der Gute, dann ist Benjamin der Böse. Oh Gott. So ist die Wache, es sehe ich. So ist die Wache, es sehe ich. Und dann, ich ging in den Zoo und alles war überall. Und dann habe ich gemerkt, dass Mr. Voice mir sehr viel lief. Und er hat Benjamin. Und jetzt bin ich allein. Ich mag nicht allein sein. Wow. Sieht, wie du einen hellen Tag gehabt hast, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. Oh, da ist hier noch. Der Beschützende lässt Nachrichten, also Benjamin. Ja, aber vielleicht hat Benjamin auch die Nachrichten... Ich habe keine Ahnung. Aber ganz klar, vielleicht hat er auch versucht, die Nachrichten wegzuschaffen oder so. Äh, der Chikikosaurus... Der ist jetzt wohl in der Zeit. Shit, kann ich nicht auf. Okay. Das ist wichtig. Kann ich einfach über alles malen? Oh. Wir malen jetzt den Dino an. Wir haben jetzt so gar nicht die Dinos gesehen. Ich habe extra... Ich dachte, ich kann das, äh... Ich muss das vielleicht versuchen, ein bisschen genauer auszumalen. Aber ich lag falsch. Ihr beschwert euch nicht. Das ist jetzt wichtig, okay? Es ist mir ein Bedürfnis, das anzumalen. Ich meine, wenn wir sowieso schon unterwegs sind... Und wir sind lange mit dem Zug unterwegs, wie ich mich vielleicht auch erinnert. Oh, fuck. Was wird uns erwartet, wenn wir zu Hause sind? Hm. Glaubt ihr, Miss Forge ist gestorben, als ihr Vater sie mit einem Stein beworfen hat? Ich meine, es gab den Stein, an dem Blut geklebt hat. Ey, ich bin gespannt. Schau dich den Dino an. Das war fucking gut. Was? Aber ich glaube nicht, es ist eine Sprache mehr. Ich bin sicher, es ist der Monster. Ich habe ihn in einem Buch, in Benjamin's Place. Sehr creepy. Habt ihr schon gehört, die Sprache in deinem Hand? Ich bin gespannt, was ich? Ich weiß, Hiro. Was ist das? Es ist der Monster. Bleib Hiro allein. Toskata! Toskata! Wenn ich meine Augen verschließe, ist es nicht da. Problem gelöst. Ihr müsst mit dem Verstand einer Achtjährigen denken, okay? Ein bisschen davon ist er tot. Beziehungsweise in Geist und Geister können nicht sterben. Sehr langer Seufzer. Benjamin was warning me all the time, but I couldn't see it. I wanted that eternal happiness so bad. I'm a silly little lady. That's where I am. Oh. Also seht ihr jetzt, wo sie so überzeugt von Benjamin ist und für sie alles Sinn ergibt, dass er sie die ganze Zeit warnen wollte. Das ist der Punkt, auf welchen ich mir denke, das kann es nicht sein. Miss Forge ist ein Teupe. Sie kann nicht einfach so richtig liegen. Das ist wahr. Okay, da ist die Dose also da. Oh. Zwirlichtige Leute. Steini ist nicht der Parasit. Nimm das zurück. Was ist das erste Mal, als ihr auffällt, dass die Leute gar nicht auf sie reagieren? Was hat denn ewigen Glück gemeint? Äh, der Parasit möchte sein Opfer in die, äh, in das Jenseits, in ihre Dimension, äh, rüberlocken. Und deswegen, äh, wird das damit denke ich gemeint sein. Dass sie unter Falschen, dass er Parasit enttäuscht und dann, ähm, ins, ähm, Jenseits locken will. Dann wird sie gefressen oder was auch immer. Der Wolf hat sie auch nicht bemerkt. Oh mein Gott, du hast recht. Und da sind die Krähen. Oh, oh. Hier sind viele Krähen, vor allem im Hintergrund. Da unten am Anfang hat sie gemerkt. Ja, aber der ist dann auch von den Krähen weggeschleppt worden. Ich weiß nicht, ob der echt war. Ist der Geist ewig Glück jetzt die Erlösung, sodass sie nicht mehr als Geist umherren muss? Nein. Der Parasit will sie fressen oder sowas. Was ist das Sound? Bange? Okay. Ah, okay. Okay. Mommy? Bange? What happened here? Congratulations. You reached the end of my game. Leave me alone. I'm looking for Mommy and Benjamin. There's no eternal happiness for you. I don't even care anymore. Of course you care. You know your Mommy needs it. It's your responsibility. Yes. I guess you're right. Good. Good. Ready for a new game? If I play alone, will you give me back Benjamin? I guess I will. But only if you truly commit to the game. Okay. Splendid. You will love my new game. I'm Steven. I killed Kimball. I'm sorry. Oh oh. This is Miss Fortune. She's a wonderful child. Oh oh. Not so wonderful family. Oh oh. It's a little sparkle for you and a little sparkle for you. Wait a minute. Didn't I do this already? What? No, you're not doing this correctly. Can you say something about me dying today? Which is totally not true by the way. Wait. Stop talking please. Are we going to play another game or is this like what? If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. And then you say deal and I say yes. Stop ruining this. Oh. Eternal happiness? No deal. Wonderful. Fantastic. Ready to wait. What? No deal. No. No. How about this? What if the fox was waiting for you in the hallway? If the game is about Benjamin and you leaving me alone, I'll play alone. Sure. Sure. I promise you know the way. Oh, und ja, stimmt. Der eine Typ im Zoo hat sie erkannt. Das ist wahr. I have a little hunch that Mr. Voice is the monster in my closet. I have a little hunch that I'm going to run and hide in here. Okay. 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 Wir kommen noch zu. Ein letztes Mal. Müssen wir auch ja. Oh. Oh, no. Not again. You promised he wouldn't be like last time. That was a beautiful example of cause and effect. No. You lied to me. I don't want to play this game anymore. Fine. Let me come up with a new game to play. As I did, if you're most happy with the exception, you would even die. Knock, knock. Who's there? No. I don't want to play with you anymore. Knock, knock. Who's there? You're scaring me. Stop it. Leave me alone. Knock, knock. Who's there? Knock, knock. Who's there? Knock, knock. Knock, knock. Who's there? Knock, knock. Knock, knock. Knock, knock. Who's there? What happened here? My secret spot. He won't find me in there. Der perfekte Plan. Lauch. Müssen wir rüber. Knock, knock. Who's there? Okay. Unser geheimversteck. Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to play. I told you already. I don't want to play with you anymore. Oh, Stubly. Teach me how to be bribe. Brüll. So now we're playing hide-and-seek. I love that game. No, leave me alone. All right. Just so you know, my game is the only thing keeping you alive. Is that one more of your life? I will live forever with Benjamin, and there's nothing you can do about it. Will you please stop talking about that fox? He's been trying to take you away from me all the time, and his ugly paintings. Anna, you don't talk like that about my Benjamin. You know what? I'm done with you. I want you to leave. Right now. You don't have a clue about what's going on. This is not the last game you play with me, Miss Fortune. You, this is only the beginning. You silly little child. Another toy for my collection. You're mine to play with for eternity. I'm sick of you being a bully. You'll say Benjamin will come back and save me. No, we made a deal. You crossed the path, and now you're mine. Benjamin! Benjamin! How did you get here? There's nothing you can do. She belongs to me. Benjamin? Benjamin? Ha 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 ha. Ha 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 ha! No. No! Das ist so fake. Benjamin! Oh, das ist doch so nett. Oh, nein. Morgo is coming. Open your eyes. He is the voice in your head, driving you mad. Oh. Well, now I know what to come, Mr. Voice. Sehr wirklich. Benjamin, where are you? Ich dachte, wir hätten einen Twist, dass Benjamin der böse ist. Hey, das ist die Vase, die wir repariert haben. Hm, wir sind wieder zurück am Anfang. Okay, gehen wir nach draußen. Ich würde auch sagen, dass irgendwas damit noch nicht so ganz stimmt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das ist der Todeszeitpunkt. Und sie erzählt der Polizei, was passiert ist. Mami! I'm back. Mami, don't ignore me. Are you angry, because I couldn't get the happiness for you? What's happening? Mami? Oh, nein. Es war also die Straße. Oh, nein. Was habe ich getan? Oh, Gott. Sie hat die Glitzerstaub in der Hand. Oh, Bengi. Du bist zurück. Ich dachte, ich habe dich auch verloren. Was ist das? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? All right. Okay. Bengi, warte. Are you taking me somewhere else? Because I have nothing against it. But I have to talk with my mommy first. Mommy. I'm going to go somewhere else. With Bengi, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while. But you need to find your own happiness now. I love you forever. Stimmt, man hat ihren Vater nie gesehen. Kann das sein. Hat nur ihre Mutter gesehen. Okay, gehen wir ins Jenseits. Wait. Stop. Benjamin. Where are we going? Benjamin. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Benjamin. Wo gehen wir hin? Wenn der Vater das Auto gefahren hat. Wir werden es hoffentlich noch herausfinden. Es will wahrscheinlich hinhauen. Oh. Der Hund ist zurück. Oh, im Jenseits. Hm. Hm. Der Hund ist sowas vom Tod. Oh. Der Hund ist sowas vom Tod. Oh. Der Hund ist sowas vom Tod. Der Hund ist sowas vom Tod. Fick was das. Dann eltern他们 zappen. Wo ist Rodrigo? Ich hoffe Rodrigo wird auftauchen. Woh? Können wir bitte nicht in einer Welt leben, in der diese Kreaturen existieren. Oh, die Kreaturen sind von Fran Bow. Das ist relativ interessant. Ich glaube, ich sollte Fran Bow irgendwann auch mal spielen. Hallo, Herr Skelettmann. Streichel den Hund. Oh, je nachdem, wie viele von diesen Glitzer-Teilen ich gefunden habe. So viele. Oh, ich habe zwei nicht gefunden. Wirklich? Wir haben nur zwei gefehlt. Ha, ich denke, wir hätten mehr gefehlt. Ich freue mich auf das Spiel, wenn man nicht genug von diesen Glitzer-Teilen gemacht hat, an der Stelle vorbei ist. Okay. Okay. Who are you? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Uh... Okay. What is this place? Oh, und jetzt ist sie ins Jenseits gegangen und sowas. Okay. Ah, wie es aussieht, haben wir es durchgespielt. Ich hätte auch nichts gegen ein, zwei weitere Dialoge am Ende gehabt. Äh... Ich meine, fantastisches Spiel, aber bis zum Fick. Äh, wollen wir die Crates überspringen? Gute Ending. Ich glaube, es ist das gute Ending. Ah... Vielleicht hätte ich jetzt nochmal zurück in den Nebel laufen sollen, wegen der Notiz. Ich glaube, man mehr Infos, wenn man die ganzen Steine gesammelt hat. Aber das könnte sein. Yikes, forever. Das Spiel war aber ziemlich fantastisch. Will ich, will ich das überspringen, die Crates, will ich die Crates überspringen, ist jetzt die Frage. Wobei sie nicht so lange gehen sollen. Wir warten noch, wir warten noch. Spiel ist nicht, wenn wir Fran Bow machen, oder? Und Tatum, Skledband kommt von daher. Doch, doch, klar. Oh, würde es vielleicht mehr Sinn ergeben, wenn man Fran Bow gespielt hat? Es gibt ein True Ending. Äh, ich werde spielen und nicht nochmal spielen, ehrlich gesagt. Ich sollte Fran Bow spielen. Hm, wir überspringen. Was, wenn ich fortsetzt machen würde? Schauen wir uns das denn auf YouTube an? Nein. Äh, ich habe nie gespeichert. Oh, hey, man kann sich die Puppen anschauen. Oh, mir hat doch der Puppe gefehlt. Ja, mir haben ein paar Sachen gefehlt. Das ist die Galerie. Und das ist die Galerie. Also, es lohnt sich, das Spiel nochmal selbst zu spielen. Ja, das Spiel ist fantastisch. Oh, und das sind halt die Gegenden, die wir aufgesucht haben. Oh, der Wolf. Ist das von meinem Freund Benji da hinten? Oh, und da ist das Reh. Okay, das war alles soweit. Gut, ich denke, wir sind zumal fertig mit der... Ich schaue mir das True Ending... Ihr könnt euch das True Ending anschauen. Ich werde es mir jetzt nicht anschauen. Das will ich irgendwann wahrscheinlich dann selbst mal erspielen. Ich meine, es gibt einige andere Antwortmöglichkeiten, die man auch hätte wählen können an einigen Stellen. Aber gut. Äh, ich denke, wir sind fertig für den Stream heute soweit.